That's all tell me I'm awesome, yeah Hot like fire on the climb If you wanna touch my free shoes, Kassin So Miracle hat sie gerade von Dijk gezogen Hat der ihn schon verkauft? Also ist er auf der Transferliste? Da ist er Einfach von Dijk gezogen Es wäre jetzt nicht gut gewesen, wenn er uns verarscht hätte oder wecker können So warte, dann verkaufen wir den mal Ja Tom, das ist Verdächtig, ne? Guck mal was Miracle alles abgegeben hat Das ist eine Frechheit Warum chillt der hier eigentlich? So, jetzt können wir die SPCs da machen Ich sehe jetzt kurz die Packs hier sind Miracle hat recht Ach Shio, was soll ich machen? Ja, 677K steht bei FUTBIN Was soll ich machen? Dankeschön Kassan, danke fürs Bescheid geben Wenigstens eine Bisschen in Schweden Kann man so machen, ne? Ich sag Wir haben eine Frage Warte, da ist sowas gekauft Nööööööt? Verbi데 eine Haus... Wahrscheinlich ist Verbi데 eine Hauskatze, alles gut, ist Nala eine Hauskatze oder darf sie raus? Nee, Nala und Simba sind beide Hauskatze. Ich bin auch eine Hauskatze. 板 Rabbiha donorsrはいい25 Ra Reverend Jaa Miracl hat gerade van Dykke da gezogen, deswegen. Ich hab den gerade verkauft, dann können wir SBCs kaufen und danach ein besseres Team. Warum kannst du spielen? Ich weiß es nicht. Gute Frage. vielleicht werden wenn jetzt alle augen macht werde ich bestimmt auch nicht rausgekickt dann kann doch jetzt noch mal so ein puno oder so kompon kann ich doch muss auch auf dem account hier gehen schmeichel 85 in ordnung und martial akku rm weiß niemand wieso so team chemie genau 100 kann ich hier nicht irgendwas einfach um da kann ich nicht das hier nicht da kommt jetzt auch was gutes da kommt bruno oder ronaldo raus doch gar niemand was auch nein bitte nicht dieser komische oh mein gott wie schlecht war das pack bitte jetzt sollten wir es geschafft haben so mega pack da muss jetzt auch was drin sein gerade eben mal quatsch eben das 50 ja okay nein wieder einer von denen na felix ist okay der kostet aber jetzt mittlerweile glaube ich auch nicht mehr so viel gar nichts mehr ja okay der kostet was aber trotzdem so kurz schon schock bekommen aber alles gut oh ja ehrlich nice hey die sbc ist so scheiße kann man die freiwillig machen wieso mache ich die überhaupt freiwillig man manche nada wird schließen kurz die sbc ab und haben die für dich da so so nada bringt jetzt pecklack da bin ich mir sicher mein schutz du bringst jetzt pecklack so selten mega packner da kommt fliefe in dich ja da läuft jemand raus wer bist du oh trigo ach nee ja egal 86 in alle alles gut was walk out geholt oha und und informer da ist in ordnung weiß ich nicht es ist einfach eine fröhlichkeit dass mir rakel silas verkauft hat wenn ich ehrlich nicht open und early das geht nicht ich habe ja hier schon ein märten zu pepel Helato Sanchez ist so gut wie unsnipetbar. Ich hab dir vorhin erst gesnipet. Sternritter, cool. Bei dir ist jeder Spieler scheiße, nach drei Spielen. Gibi bist der Erfbau, meinste? Vakaria, ein Spiel. Sechs Minuten und schon ein Tor. Super Typ. Wirklich, lass uns ehrlich sagen. Allein Triok, 625. Verfängte Subs insgesamt. Ja, Hakimi ganz gut, also weiß ich nicht. Das ist ne Screenwood. Also dann hättest du noch Autocampus großwürdig. Ja, das hätte ich gemacht. Mit dir ehrlich, das hätte ich gemacht. Das hätte ich gemacht für dich. Das ist nicht dein Kabel, ne? Auch wenn du das gerne verletzt. Danke. Für alle noch. Anruf wieder so, bitte losseuchen. Dankeschön. Ach, wie wir schweben sie über Nalanchen. Oh Gott, Mensch. Das ist mein Playstation-Controller-Ladekabel. Ja, aber nicht essen, Nalan. Das ist sonst nicht lecker. Ja, warte mal. Ja, warte mal. Ja, warte mal. Ja, warte mal. Den Nalan-Lämpchen, bitte. Das ist doch mal so. Nalan spielt ja nicht mehr richtig. Die macht nur so ein bisschen Klatsch hier weg. Sieht Nalan hat nicht mal Bock, weiß ich nicht. Ja, es hängt in deiner Kalle fest, Nalan. Ja. Oh. Oh, jetzt wird sie ein bisschen aggressiv. Ja. Die sind auf den Döds. Nalan und ich halten Hand. Ja. Einfach eingecheckt. Ich weiß nicht, was die hier machen. Welche sollen wir da nehmen? Dunkelpräme, das ist doch eh alles scheiße. Das ist Untrade, oder? Da kriegt man 10.000 Münzen, 18.000 Münzen. Stimmt, wenn die 10... Ja, jetzt bin ich wieder auf dem falschen Account. Genau, die schickt ihr den auf Instagram. Ich glaube, ich nehme 2. Oder? Was ist Untrade? Ja, ich weiß. Das auch. Ne, das nicht. Ich nehme 1. Jetzt haben wir wieder diese Kack. Wir haben eine Kack. Wir haben eine Kack. Mann. Ich habe eine Kack gezogen. Tja. Ja, brauche ich keinen Henry. Ich stelle malen jetzt mal Z-O in. Ja. Danke an Triox für das Abo hat jemand reingeschrieben. Komm hier denn für Teams? Ich bin in Division 6. Von daher, Bruno, alles hat er. Ja. 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 Schüss. Jawohl. Jawohl. einfach weggeschubst auch er drückt ich werde nie die leute verstehen die in der 90. quitten das werde ich nie verstehen die in der 90. quitten da